Was ist anstrengend? Anstrengend und eigentlich hatte das mit der bisherigen Arbeit wenig zu tun und von daher ist da ein ganz neues Feld dazu gekommen. Okay, hat es dann ein bisschen Spaß gemacht? Naja, natürlich hat es Spaß gemacht, sonst hätten wir es ja nicht zwei Jahre durchgezogen. War schon toll. Ich denke, wir haben keine Wahl, wir sind keine Archive, wir sind öffentliche Bibliotheken, wir sind für die Bevölkerung da, für die ganze Bevölkerung. Da können wir nicht sagen, wir haben unseren elitären Bücherkreis da und den sammeln wir, das geht nicht.